Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Company hier aus T-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir müssen noch ein bisschen was forschen, damit wir dann hier weiterkommen. Die junge Dame, die macht hier fleißig Dinge und er wartet... Oh, die warten alle hier drauf, ne? Kriegt ihr... Was habt ihr denn? Was ist denn sozusagen... Rohstoffe habt ihr genug? Ja. Das ist wirklich jetzt die Produktion, aber ich kann hier die Teile ja nicht da dran bauen, oder? Kleiner Registerspeicher, Logik-Schaltung, einfache Schaltung? Ne, kann ich nicht. Das heißt also, ich kann nur durch noch mehr Werkbänke in dem Bereich mehr Sachen zur Verfügung stellen. Muss ich denn wohl tun? Welcher Schrank liefert denn eigentlich nach hier oben hin? Liefern da beide Schränke hin oder nur eine? Warte mal. Achso, Logistik. Logistik muss ich dafür ja anmachen. So, der liefert dahin, der nicht. Okay. Gut. Achso, vom Einkauf her kriegt der ja, das stimmt. Gut, okay. Das ist natürlich dann nicht so gut. Dann werden wir hier für den noch quasi in den Tisch dran stellen, einfach mal, damit da ein bisschen mehr produziert wird. Da haben wir jetzt den Lagerbestand... Ups, das ist ja ein falscher Knopf gewesen. Wenn wir hier noch einen Bastlertisch vor Kopf stellen, bin ich im Weg. So, der macht auch die Teile. Und dann kriegt der logistisch bitte auch an diesem hier angehangen mit. So, und dann müssen wir Mitarbeiter einstellen. Ne, er lassen natürlich keinen. Einstellen möchte ich einen und den möchte ich gerne hier zuweisen. So. Gut. Dann kann der erstmal dort auch weiter diese LED-Teile bauen. Also der wird sich den hier auch bedienen, da das Material rausholen. Äh, und dann, ja, da geht's schon los hier. Da auch ein Helmchen auf, fein, säuberlich, gut. Und dann produziert das hier auch fleißig ein paar Werkstoffe. Gut. Ähm, dann nehmen wir jetzt hier die letzten, oder die 42 Punkte, die wir aktuell haben und werden die hier mal durchforschen und dem neuen Stufe 4 Register Array sozusagen dann hinzugeben. Ähm, damit das denn früher oder später fertig wird. Ähm, wir brauchen mal noch ein paar, ne? 120 brauchen wir insgesamt. Wie viele hatten wir drin? Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, wenn ich jetzt 37 käme noch dazu. 37. Ja, komm mal knapp über 70. Also dann brauchen wir nochmal knapp 50 Punkte nachher am Ende, um das dann durchzuziehen. Aber, naja, gut. So, wir gucken mal ganz kurz die Verkaufsstatistik an. Oh ja, hier hat man das, glaube ich, schon gemerkt, dass die Teile zu wenig werden. Also man sieht hier auch plus zwei von denen verkauft. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn man dann jetzt unsere Taschenrechnerproduktion so gering haben, dass da nichts mehr verkauft wird. Oder ist es so, dass die Logistik nicht hinterherkommt, das hier rauszuholen? Weil hier sind sechs von diesen Dingern drin. Okay, jetzt schleppen sie da hin. Okay, gut. Wie viele haben wir diese Woche jetzt verkauft? 16 Stück. Oh, das ist natürlich ein Verkaufsrekord bei Taschenrechnern. Und da haben wir zwei Stück von. Okay, gut. Na ja, gut, dann ist das so. Hat aber noch rechtzeitig in den Verkauf gebracht, die sechs Stück, die er da rausgeholt hat. Der eine Transporteur. Es könnte auch sein, dass jetzt so langsam aber sicher unsere Transporteure ausgehen. So, und du kannst jetzt hier nicht ablagern, ne? Weil dein Ausgangslager ist voll von dem Rahmen. Na ja, gut, okay. Das werden wir dann gleich mal lösen, das Problem. Wenn wir hier durch sind, dann werden wir da mal die ganzen Rahmen wieder rausmopsen. Es ist ja nun nicht so, dass jetzt irgendwas steht, weil es keinen Rahmen hat, ne? Weil hier sind ja genug Rahmen drinne. Und hier sind auch, achso, das sind Taschenrechner. Achso, das ist das Anzahl-Eingangssignal. Ja, ja, okay. Aber es sind wieder einfache Schaltungen. In Massen vorhanden. Das ist schon mal gut. Dann können wir mal hier auf Tab drücken. Wir gucken noch mal ganz kurz hier oben. Da haben wir die Holzrahmen. Okay, dann haben wir hier auch den Registerspeicher in Massen. Und auch die einfache Schaltung ist wieder sehr, sehr zahlreich vorhanden. Das ist schon mal ganz gut. Das hat hier ganz gut funktioniert. Dieses Erweitern der Elektronikproduktion durch Elektronikbänke. Also da muss man auch sagen, ich denke mal, dass wir, wenn wir die LED-Matrix haben, sind jetzt eigentlich schon erforscht. Mal ganz kurz mal gucken. Noch habe ich. Aber die kann ich nicht auf dem Elektro-Tisch bauen lassen. Das finde ich ja schade. Ups. Nee. Okay. Das finde ich schade, weil das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass ich die auf dem Tisch auch kriege. Ah, na gut, okay. 32 weitere Punkte. Ab dafür. Dann sind wir schon bei über 100. Dann sind wir kurz davor, dass wir hier den Speicher der Stufe 4 haben. den Register-Array und dann müssen wir mal gucken, was wir da alles so bauen müssen für. Also wie da der Bauplan aussieht. Der wird wahrscheinlich auch auf der Speicherbank hier, nicht auf der Elektronikbank gehen. Aber ich könnte sein, dass wir dann zwei von diesen Speicherteilen da in den einen reinbauen müssen oder so was. Oder eins und dann noch ein bisschen was dazu oder so. Was das erweitert. Wir werden sehen, wie das Rezept aussieht dafür. Oder kann ich das schon hier irgendwo angucken? Nee, kann ich noch nicht angucken, ne? Nee. So, und hier geht es aber auch gut zur Sache. Sie hat dazu noch ein paar Holzrahmen hier oben. 13 Stück. Jeweils mit 6 Punkten. Das bringt uns nochmal 60. Plus 3 mal 26 ist 24. Aber irgendwie sind sie gerade Schwierigkeiten zu haben. Wer bist du denn? Achso, Moment. Ich muss, ah, ich muss das logistisch hier noch anbinden. Stimmt. So, jetzt kannst du das auch nutzen. Alles klar. Okay, gut. Das hatte ich vergessen, ja. Achso, und ich wollte ja hier die Rahmen noch wieder rausnehmen, ne? Warte mal, mach ich hier mal ganz kurz zur Pause. Ich, äh, hör mal auf. Achso, warte. Tab. Dackel mal dahin. Ida, Dackel. So. Ihr packt dann mal alles rein, was ihr reinpacken wolltet. Und ich hol mal hier einfach raus. So, und bring das dann mal um die Ecke hier. Und schmeißt die einfach mal hier wieder rein. Zack. Dann haben wir da nochmal. Na, anders hast du. 14. 14 mal 3 Punkte, oder was ist das hier? Ne, 4 Punkte. Das sind auch nochmal über 40 Punkte, das ist schon mal ganz gut. Aber wenn sie jetzt erstmal mit dem Holzrahmen weitermacht, ist das natürlich auch nicht schlecht. Weil die bringen ja mehr Punkte für die Prozeteinheit ein. So, dann gucken wir hier mal ganz kurz, wo haben wir denn hier die Holzrahmen? Sind die hier inzwischen gelagert? Ne. Äh, hier werden die zwischengelagert. Halt. Muss das Eckregal haben. Danke. So. Und da nehmen wir mal auch noch wieder ein paar raus. Dann sieht man hier schon, die einfachen Schaltungen sind in rauen Mengen von. Also da können wir auch wieder welche, glaube ich, hier aus dem Regal entwenden. Nehmen wir hier nochmal ein paar raus von denen. So. Da nochmal die Hälfte von mitgenommen. Da nochmal die Hälfte von mitgenommen. Und dann hat sie aber ordentlich was zum Forschen hier. Ach, das krieg ich schon gar nicht mehr hin, ne? Das ist natürlich schon sehr schade jetzt. Na gut, Leute, dann muss ich den einfachen Rahmen jetzt mal von Hand hier mit drin einpoppen. Geht auch nicht. Okay. So nicht. Soll ich noch mal anmarschen mit dem Material? Hm, jetzt habe ich so einen einfachen Rahmen in der Hand. Hm, na gut. Okay. Dann habe ich den jetzt im Moment haben mit mir und schleppe den mit mir rum. Gut. Naja. Ist ja nicht weiter schlimm. So. Gut. Dann nehmen wir jetzt hier die letzten Punkte. 24 Stück brauchen wir noch. Genauso viele haben wir dann auch hier drin. Und ach, sie hat ja schon wieder über 40 für uns erzeugt. Das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Das heißt, die Forschung läuft auf Hochtouren und wir haben dann gleich die Register Array fertig. Das finde ich schon mal gut. So, dann machen wir das hier mal zu, das Bild. Wenn ich hier nochmal ganz kurz... Ah, okay. Da. Register Array. Vorgang läuft. Noch 15. Okay. Ich habe auch alles angezeigt. Das ist gut. Oh, wir sind jetzt hier aber mit dem Geld gerade. Na gut, jetzt habe ich hier wieder dafür gesorgt. Ich habe jede Menge Materialien quasi zusammengesammelt. Da sorge ich immer dafür, dass wahrscheinlich sehr viel Rohstoffe dann neu eingekauft werden müssen. Wir müssten mal gucken im... Warte mal, Finanzen. Hier oben sehen wir unsere Finanzen. Genau. Da müsste jetzt eigentlich dastehen... Obwohl... November... Welchen Monat haben wir denn jetzt? Dezember haben wir jetzt so. November Jahr 1 haben wir Gehälter 19.000 gezahlt und für 31.000 Bar gekauft. Hatten Gesamtkosten von und Einnahmen. Letzten 30 Tage. Aktueller Firmenwert. Material einkauft. Ja doch, der ist gestiegen. Und Gehälter sind gestiegen ein bisschen. So, hier ist die Forschung fertig für das Register Array. Und wir werden natürlich jetzt auch... Und das lasse ich mir nicht nehmen. Dann werde ich den Akku hier auch noch dabei tun. Und dann sieht man schon, dass wir da wahrscheinlich auch eine Forschung brauchen. Beziehungsweise noch eine Platine brauchen, die das dann da ans Laufen bringt. So. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Material da hinten noch entforschen. Dass wir sogar so viel Grundlagenforschung kriegen. Aber das kann natürlich sein, wir sollen ja jetzt erst mal das schaffen. Und wenn ich die Ziele richtig gesehen habe... Und da ist noch eins, verdiene mindestens 10.000 Geld pro Woche mit Taschencomputern, die einen Marktreiz von mindestens 4 Sternen haben. Also das müssen wir dann natürlich auch dementsprechend noch anpassen. Ich habe übrigens hier meinen Alexa-Kumpel, den habe ich jetzt einfach leiser gemacht. Also der hört immer noch weiter auf Computer, aber er ist wahrscheinlich nicht mehr zu hören im Hintergrund. Ich hoffe, dass... Ja, das hat mich ja selber ein bisschen sozusagen gereizt. So, jetzt gab es wieder Geld und jetzt gab es wieder richtig viel Geld. Und der monatliche Gewinn geht hoch. Wir haben 18 von den Taschenrechnern verkauft und zwei Pocket-Computer. Also das scheint immer so ein bisschen zu variieren, wann dieses Regal hier leer ist oder wann dieses dann quasi geleert werden kann und die Leute dort das hier in den Verkauf schmeißen. Das scheint immer noch ein bisschen sehr großen Unterschied zu machen. 130 Punkte müssen wir noch in diesen neuen Akku reinbringen und dann werden wir die Produktion so umstellen, dass wir hoffentlich vier dieser Bänke oder fünf dieser Bänke eigentlich mit Computern sozusagen bestücken können. Wir gehen ganz komplett weg von der Taschenrechnerentwicklung, weil ich glaube, ich bei der Taschenrechnerentwicklung, ich weiß gar nicht, ob ich da sowas einbauen kann. Neu erstellt, Taschenrechner, nehmen wir das Metallgehäuse mit, Produkt erstellen. Ähm, welchen Leistung, ich kann hier Logik-Schaltung reinbringen. So, okay, das geht. Aber wir sehen, ach doch, hier, guck mal, der Register-Area, Speicher, geht auch, aber ist halt die Katze, ne? Ja, also, bringt keinen Markdown-Reiz. Minus 1,2 sogar. Was? Achso. Okay. Also das bringt mir nichts, wenn ich den einbaue, ne? Wobei dann hier beim Display die LED-Matrix, wenn ich die einbaue. So, das bringt uns schon richtig Punkte. So, und da haben wir die Bildqualität auch schon gleich oben. Und dann können wir hier die Logik-Schaltung noch nehmen. Das ist auch das fieseste Teil, was man kriegen kann bei, bei, ähm, Logik-Schaltung haben wir auch. Und dann brauchen wir noch eine Batterie. Dann nehmen wir hier so einen Batterie-Pack. Das ist ja komplett verbaut hier jetzt alles. Dann nehmen wir hier so einen Batterie-Pack. Moment. Rotate. So, dann hätten wir alles. Oh, da wären bloß drei Teile, ne? Hm. Benötigte Materialien geht auch noch, ne? Metall. 55 Elektronik-Teile. Kosten 400 Stapelgröße. Also das könnte man sich ja mal ausrechnen, ähm, eine Stapelgröße ist 200. Das heißt, einer kostet zwei. Das sind 110. Beim, äh, Plastik. 10 Plastik. Wollen wir noch Plastik hier? Als Grundbaustein. Nicht bei den Rahmen oder so. Irgendwo muss man hier, da ist Plastik. So. Da kostet einer sechs. Ne, sechs mal vier vier kostet einer. Bei Plastik, also vier mal 17 und so. Also es ist vielleicht sogar billiger, wenn wir den Taschenrechner so bauen, ne? Aber, na gut, wir gucken mal erst mal. Aber was denn die, die Sachen kosten, um den Taschenrechner zu bauen. Dann könnten wir vielleicht nochmal einen neuen Taschenrechner machen. Für unsere Uni. Also nochmal mit richtig Rechenleistung. Und ich weiß gar nicht, was erforschen wir jetzt hier gerade. Achso, nochmal die verbesserte Batteriezelle. Das könnte natürlich auch nochmal, also beim Taschenrechner, klar für Marktreiz sorgen. Aber, naja gut. Also wir brauchen es ja eigentlich nicht. So. Naja. Der Taschenkomputer bringt halt mal einfach doppelt so viel, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir da halt, auch wenn wir doppelt so viel Materialien reinbuttern müssen, äh, bringt es uns ja richtig viel Geld dann. Also alleine, wenn man zehn Stück pro Woche verkauft. Ähm, ja. Alleine wenn ich zehn Stück pro Woche verkaufe, dann habe ich ja mehr als ich jetzt schon habe hier mit denen. Dann muss ich ja 20 Stück von denen verkaufen, wenn ich genau da hinkomme. Mal gucken, ob noch ein paar da hinkommen. Ne, zack. Aber es sind auch wieder 14 Stück gewesen, ne? Die da verkaufen gerade, ja. 14 Stück. Sehr gut. Pocket Computer 3. Sehr gut. So, ein Tisch schafft bei optimaler Zusammensetzung. Warte mal, guck mal, Tab hier. Äh, drei bis vier pro Monat. Also wenn ich hier wahrscheinlich die ganze Zeit zu tun hatte, dann müssen wir ihn bloß anständig versorgen hier, ne? Was? Naja, gut, das kriegen wir ja noch hin. So, wie sieht es aus? Wie Punkte habe ich? 42. Ich brauche noch äh, gut alleine 83. Na komm, machen wir die jetzt mal da rein. Machen wir die Forschung fertig hier. Achso, warte, Tab. Wenn die da auch wieder hinläuft. So, manuelle Forschung. 48 Punkte schon mal noch weiter rein. Dann sind wir doch schon kurz vor der 100. Dann brauchen wir noch mal knapp über 40, die sie uns da erforscht und dann ist alles gut. Also sie macht auch immer noch bloß mit dem Holzrahmen weiter, ne? Also da ist jetzt, äh, hat sie noch fünf Stück von. Das sind alleine 30 Punkte und wenn sie den Rest hier noch erforschen, naja gut, okay. Lass uns machen. Dann haben wir Punkte in Massen erstmal vorliegen. Man kann ja nie wissen. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Aber, die ganz gut aus. Das Unternehmen steht, glaube ich, auf gesunden Düsen. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt sind wir wirklich ganz gut wieder ausgeglichen, ne? Also jetzt ist es so, dass es wieder ein bisschen, also es ist immer was da, aber es ist nicht so, dass es übermäßig, so hier, okay, die Materialien, da könnte immer irgendwie passieren, dass die Jungs jetzt die Logik-Schaltungen dann nicht mehr loswerden, aber, naja, wenn wir die verbesserten Logik-Schaltungen haben, wird das sicherlich dann auch schneller gehen. Was kosten eigentlich? Die habe ich ja schon erforscht, ne? Die verbesserten Logik-Schaltungen. Einfache, ja, die Logik-Schaltungen. Können wir ja mal gucken, was die Teile brauchen. Baupläne, ne. Module, ne. Ne, doch, bei Module muss das dabei sein. Äh, da, Logik-Schaltungen. Logik-Schaltungen brauchen eine einfache Schaltung, 15 Elektronik-Telle, Nummer 5, 5 Plastik, das geht ja. Das geht, äh, und unser Registerspeicher, integrierte Schaltung, ach, das ist Verwendung von Produkten von, Register Array. Register Array braucht eine integrierte Schaltung und braucht Plastikteile und einen kleinen Registerspeicher. Und die integrierte Schaltung braucht, äh, Plastik und ähnliches. Okay, kann das hoffentlich... Die steht nicht dabei, wo es produziert werden kann, ne? So, und unser Metallgehäuse braucht halt ein bisschen Metall, ein Standardgehäuse und ein bisschen Plastik, damit es schön aussieht. So, und die Forschung an dem neuartigen Akku, die machen wir ja jetzt gerade. Das sollte ja dann demnächst Geschichte sein, ja. Also eigentlich brauchst du jetzt schon nichts mehr forschen, weil wir haben maximale Forschungspunkte. Naja, lass ihn machen. So, gut, dann haben wir das geschafft und dann können wir in der nächsten Folge, ähm, die neuen, äh, also den neuen Pocket-Computer sozusagen zusammenbauen und dann gucken, dass der, ähm, hoffentlich auch dann produzierbar ist mit dem Platz, den wir haben und dass wir dann genügend andere Materialien auch produzieren oder beziehungsweise genügend, äh, Rohstoffe quasi dann immer durchproduzieren können, damit wir dann hoffentlich, also ich sag mal so, angestrebt sind, 15 von diesen Computern möchte ich schon pro Woche verkaufen. Weil das wäre dann schon ordentlich Kohle, also, äh, 75, nee, 15 mal 15 sind 200 uns, sind dann 22.500 plus 15.000 nochmal oben drauf, sind 240.000. Das hätte schon ein Gesicht, äh, 24.000, 24.000 die in der Woche als Einnahmen. Gut, man weiß nicht, was sich dann als Ausgaben, upsala, ich muss mal ganz kurz, nee, ich bin Finanzstern, wollte ich sehen, ähm, jetzt haben wir ungefähr Umsatz 16.000, Gesamtkosten 12.000, also das wäre sozusagen, dass wir jeden Monat diesen Umsatz hier hätten. Gut, die Kosten werden auch ein bisschen höher sein, die werden wahrscheinlich auch bei 16.000 liegen, weil wir ein bisschen mehr brauchen dafür, aber das wäre schon eine gute Gewinnspanne, eine gute Marge, die wir da drauf kriegen würden. Ich glaube, das, ähm, das klingt gut. Da haben wir einen guten Plan. Oder es wird ein guter Plan werden. LED-Matrixen müssen wir machen und so, also wir haben hier drüben durchaus noch was zu produzieren, aber den Taschenrechner nehmen wir komplett raus dann aus der Produktion. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Materialien mache hier. So eine Produktionsumstellung, da weiß ich immer noch nicht, wie fährt man das sauber runter und geordnet runter, dass man dann halt eben keine Materialien wegschmeißen muss, ne? Aber gut, theoretisch könnte man die meisten hier in die Forschung schmeißen und die Platinen brauchen wir ja eh noch. Also von daher, die Platinenbänke werden hier wahrscheinlich stehen bleiben, hier die drei. Ähm, gut. Also, wir haben alles erforscht, was wir brauchen. Wir können jetzt laut unserem Forschungsbuch, ich kann ja nochmal ganz kurz gucken, ob es noch irgendwas gibt jetzt in der Forschung hier, aber, nein, wir haben alles erforscht, das heißt, wir brauchen auch dieses Teil jetzt hier. Da braucht man eine Knopfzelle zu, zwei Chemikalien und 15 Plastikteile, das heißt, wir müssen Knopfzellen herstellen und dann kann man das einbauen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal in mein Zeichenbrett nach. Neuer Bauplan, äh, bearbeiten. Wie sieht denn das aus beim Akku? Verbesserte Batteriezelle, ist denn so ein Dreierbalken? Okay, das heißt also, der ist sogar kleiner als das hier. So. Und liefert uns auch die nötige Energie, die wir brauchen. Batterielaufzeit 04, der hat 03, also liefert uns mehr als ausreichend Batterie und ist noch ein bisschen kleiner. Äh, und hier unten bei der Produktion ist ein bisschen mehr Plastik hinzubekommen, aber wie ein Metall, ne? Wenn man das jetzt mal nochmal weg, weg macht. Ich will natürlich rotieren. 17, okay, 17, 4, also 4 von den anderen brauchen wir da auch. Ja, ist weniger Metall, ist mehr Chemikalie und ein Plastik mehr. Ähm, gut, das ist jetzt nicht mehr da schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm, ne, das geht ganz gut. Okay, dann hätten wir das. Also wir könnten theoretisch so den Entwurf eigentlich für den neuen Taschenrechner eigentlich schon nehmen, ne? Ja, LED-Matrix haben wir drauf. Jetzt haben wir noch da oben. Das Teil haben wir hier drinnen. Das Teil haben wir hier drinnen. Also da ist noch so viel Platz, da können wir noch richtig was bauen. Also eigentlich könnten wir hier den neuen, den Uni-Taschenrechner MK2 könnten wir schon zusammenbauen. Marktanreiz haben wir den gleichen. Also wir werden hier nicht bauen, aber wenn ich jetzt den Plan ja eh schon gemacht habe, dann mache ich jetzt hier nochmal. Uni... Uni... Oh, hat an der Cap-Stop gedrückt. Uni... TR... Zimo. So. Ich glaube, der erste heißt... Oder so. Ist der erste so? Kann ich das mal kurz gucken? TC... Achso, Uni-TR-MK. Achso. Okay, Moment. dann müssen wir noch einen MK dazwischen bauen. MK2. So, und dann bearbeiten wir die ganze Sache noch und gucken wir mal ganz kurz hier in der Optik. Dann nehmen wir die größere Optik und nehmen dann gelbe Wurzeln und die Anordnung nehmen wir, die Materialien nehmen wir. Das sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, den Entwurf können wir erstmal abschließen und dann können wir mal gucken, dass wir den dann eventuell vielleicht sogar noch produzieren. Mal gucken. Gut, das war's gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und dann ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss.